Auf geht's. Hoffentlich spielen wir jetzt gegen Hacker. Kevin, das wäre ein viel besseres Video, wenn du dir Hacken runterlädst und hackst, aber dann im Video tun wir es alle so, als ob wir einfach nur richtig gut sind und die Gegner trauen. Das schreibt es bei mir, wenn ich f***ing eine Kontroll-V mache. Das sind deine wirklichen Cheats im YouTube-Endschirm. Was? Aber damit kann man nicht cheaten. Machen wir das. Nur berth. Ich hab die ganze Zeit rechts und links klicken. Auf geht's mit Scout, würde ich sagen. Ich kann meinen Cheat nicht mal mehr reinsteigen. Ich kann den nicht reinpasten, da kommen immer irgendwelche random Zeichen. Heftig. Von hinten. Schaut. Schaut für real HP. Okay. Okay. Jetzt hier gucken wir schon irgendwie. Arme, was? Boah. Nein, das ist nicht toll. Der Arme. Das ist der Arme. B. Orange. No. Komm, B, please. Orange. F***ing cunt. Side. CT, dicker. Ich dachte, der Rochner ist übelst retarded. Der Rochner ist übelst retarded. Schaut. Sicher, die sind alle blöd. Please, shut the f*** up. Go Geo. Go Geo. Let's Rush A-Long. Hit. Ne. Das ist eine Deco. EYYY! Go Geo, please. Sag mal einer, aber Short. Let's go Short. Ich hab ein Short. Von was, von dem. ich will ja ich will die natürlich natürlich gut steiner fokin b durch und der vorgesinnte das meine vieles geblieben so es so wenn ich habe den geht es glaube ich wusste ja wusste ja er blockt mich ich will aber eigentlich nur vor den orangenen Was ist das? Dann hast du auch noch... No Scope No Scope No Scope Okay Das hört doch nicht Du musst die ganze Zeit gegen mich laufen Da war auch eine Onzeit Nein Du hast es nur geglaubt Scheiße Da ist einer Mit ist einer Oh Das war ein S gerade für ein Fly einfach Oh Ich habe es nicht gemerkt Ich dachte der ist vorhanden Ja Oh Wenn ich den letzten töte ist wieder ein Ace Ich lasse den Oh Wo ist der? Ja Der ist einfach so gedieft Ja Idiot Team Die ist rasch Jaa Butt Scheiße Ich habe den gehitzt Ich habe die Autosniper richtig mit einer Nähe zugesietet Ja Ja Dann können wir gerne noch sterben damit wir das machen können Scheiße Geht einfach beide zu A zu B Ich bin auf A, ich käme jetzt auf A dude Ha 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 ha! Ein Eck Fliege Nee, der ist egal Ha ha ha! Der wird sein blaues Wunder erleben Mach mal Der wird gar nichts erlauben Bitch! Warum Bitch Bitch Ja Man kann das Guck mal das wird er erleben Wir rushen too durch Du hast mich abgeschossen, du bist durch, nur meiner und hier. Jetzt fress du gleich durch und mördert am Ort nach links. Da steht links. Da hab ich dir doch gesagt. Oh, was war das? Meine Tasse. 60 HP? Ja! Heat. Ich hab den Metal geflasht. Chicken? Das ist einer Chicken. Chicken fucking cool. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. 7 HP. Okay, jetzt ist der Schaden. Okay. Du hast den nicht mal angeguckt. Ich musste aber die ganze Zeit, dass der irgendwo direkt neben dir ist. Kevin, wir flexen ja hier richtig. Ey! F***ing you. Das warte ich mal abs nicht. Ey, ich hab die 30 voll. Yahoo! Schade. Ty, wir haben beide die 30 voll. Schön, wenn das massiv viel noch voll, dann können wir auch gewinnen. Die flaschen mir wie wilde. Ich hab gerade schon. Er hat sich gedreht einfach. Das ist eine Challenge. Du spinnst dich und gehst aber dagegen mit der Maus, dass das gerade ist. Wie soll ich das mit meiner Maus? Ich hab die 50 voll. Stopp. Hahaha. Am liebens noch ernst, dass wir die 15 berunden haben. Ey, ich war doch weg. Oder verlier das, dann können wir noch die 50 voll machen. Nein, nein. Schade. Äh, 40 fährt man wahrscheinlich 50. Hahaha. Ich hab einen durch den Smoke von Onside auch in den Pit getötet. Nein. Okay, nein, 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 nein. Jump. Hahaha. Gut. Ich bin drin. Ich bin drin. Dammit. Ich bin drin. Ich bin drin. Warte. Ich bin drin. Ja, und der ist mit Scotty. Ja, du nicht der Scotty, nein, was ist der Scotty. Fuck. Ich hab von Onside-Box durch eine Smoke von Red ein Pit getötet. Ich hab von Onside-Box durch eine Smoke von Red einen in den Pit getötet. Das ist gut. Ich glaube nur 98 Punkten und 97 Punkten. Schade. GG. Ganz verrücktes Match. Bis zum nächsten Mal.